Ich habe mich für die Ausbildung zum Metallbauer entschieden, weil ich mich gerne handwerklich betätige. Auch in meiner Freizeit habe ich schon immer gerne mit Holz gearbeitet. Damals wollte ich meine handwerklichen Fähigkeiten, die ich mit Holz gemacht habe, noch erweitern und auch mit Metall Erfahrung sammeln. Nachdem ich meine Ausbildung abgeschlossen habe, gehe ich jetzt wieder zur Schule. Ich besuche zurzeit die 12. Klasse und mache nächstes Schuljahr mein Abitur. Später strebe ich ein technisches Studium an, in dem ich mein handwerkliches Wissen anwenden kann.